Hi, ich bin Robert und das sind die Kettlebell Foundation. Hi und herzlich willkommen zum ersten Kettlebell Workout hier für Einsteiger. Das ist der erste Kurs und bevor wir mit dem Kurs beginnen, möchte ich dir noch ein paar kleinere Dinge mit auf den Weg geben. Wichtig ist natürlich, wenn du mit Gewichten arbeitest, dass du ganz intensiv auf deine Technik und auf dein Gefühl in Bezug auf die Technik achtest. Das heißt also, wir werden die Warm-Ups immer so machen, dass ich dir da schon so eine kleine Technik-Introduction gebe, wo du das Gefühl herstellen kannst, welches dir sagt, ob du richtig oder falsch bist mit deiner Körperhaltung. Ja, und wie es sich anfühlt, wenn du eine optimale Körperhaltung einnimmst, um dich mit der Kettlebell nicht selbst zu verletzen. Dann noch kurz zum Kettlebell-Gewicht. Das Kettlebell-Gewicht sollte so 10 bis 20 Prozent von deinem persönlichen Körpergewicht sein. Das heißt also, in meinem Fall bei 95 Kilo sind es bei 10 Prozent 9,5 bis 10 Kilo, also 10 Kilo in Kettlebell-Form dann und 20 Kilo als Höchstgewicht. Daran kannst du dich ungefähr orientieren. Aber am Ende des Tages gilt natürlich immer die Ausführung und dein eigenes Gefühl. Das heißt also, wenn 10 Prozent deines Körpergewichts 10 Kilo sind, du merkst aber, dass die Übung mit 10 Kilo definitiv zu schwer ist, dann solltest du dich auch nicht davor scheuen, eine kleinere Kettlebell zu nehmen, bis die Technik sitzt. Wenn du fleißig diesen Kurs durchführst, dann wirst du merken, dass du schnell stärker wirst und die nächstschwere Kettlebell nehmen kannst. Wir beginnen mit einem Warm-Up. Und zwar kannst du im Warm-Up selbst schon mal ungefähr erfüllen und testen, welches Gewicht du dann wirklich als Workout, als Arbeitsgewicht nehmen kannst. Und zwar beginnen wir mit dem One-Arm-Pendulum-Swing. Hier stehst du etwa schulterbreit, sodass der Außenriss der Füße schulterbreit ist. Hier, sodass du die Kugel an der Seite, an der Körperseite freischwingen kannst. Und wir schwingen, ohne dass wir uns verdrehen lassen. Das heißt, du hältst hier immer die Spannung. Und du kannst gleich mit mir einsteigen, kannst hier schon mal die Kettlebell schwingen, kannst dich schon mal ans Gewicht gewöhnen. Immer stabil im Rumpf. Und wechseln die Seite. Schön den Po angespannt, den Bauchnabel zur Wirbelsäule gezogen, sodass es dich nicht verdreht. Versuch die Schulter trotzdem locker unten zu lassen. Achte auf deine Atmung. Beim Vorschwingen ausatmen. Beim Zurückschwingen einatmen. Gut. Langsam auspendeln lassen. Die Kugel sauber abstellen. Das ist die erste Übung unseres Warm-Ups. Wir machen dann später zwei Runden noch davon, von jeweils zwölf Wiederholungen. Die nächste Übung ist der Halo. Beim Halo selbst. Nimmst du die Kugel auf. Bottom-Up-Position. Das heißt, der Kugelboden schaut nach oben. Du führst die Kugel quasi seitlich über deine rechte Schulter nach hinten. Die Ellbogen schön hängen neben dem Kopf. Der Kugelboden schaut nach unten. Und führst sie über die Ringelschulter wieder nach vorne. Das Ganze kannst du einmal in die eine Richtung machen. Und einmal in die andere Richtung. Dabei ist es wieder wichtig, dass du deinen Po angespannt hältst. Dass du deinen Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehst. Dass dein Rumpf schön stabil ist. Und dass du dich trotz des rotierenden Gewichtes nicht aus deinem Körperzentrum herausbewegst. Wir machen noch vier. Drei. Zwei. Eins. Und noch einmal zurück. Sehr schön. Kugel wieder sauber abstellen. Das war Übung Nummer zwei. Die nächste Übung ist Kettle-Cow. Kettle-Cow. Das heißt also, ihr kennt die Katze-Kuh-Bewegung im Vierfüßerstand. Und genau das machen wir jetzt mit der Kettlebell. Und diese Übung soll dir ein Gefühl dafür geben, wann deine Wirbelsäule wirklich gerade ist und wann deine Wirbelsäule rund ist. Denn wenn du keinen Spiegel zu Hause hast oder irgendwas, wo du dich selbst kontrollieren kannst, dann ist das Maß aller Dinge dein Körpergefühl. Und über diese Übung kannst du ein sehr, sehr gutes Gefühl für einen geraden Rücken, so wie wir das dann für den Swing brauchen, entwickeln. Das heißt, als allererstes hältst du deine Finger auf der Kugel, so, und der Rücken kann rund sein. Wenn der Rücken rund ist, dann spürst du keine Spannung in deinem Rücken, also keine muskuläre Spannung. Und wenn der Rücken durchgedrückt ist, wie ein Hohlkreuz, dann spürst du eine muskuläre Spannung nun genau hier hinten in den Rückenstrecker. Und das machst du im Wechsel, sodass du diese Spannung einmal spürst. Katze. Kuh. Kettle-Cow. Und wir machen das für 10 Wiederholungen. 9. 8. 7. Während die Finger immer an der Kettlebell bleiben und du tatsächlich nur deinen Rücken bewegst. 3. 2. 1. Und halt hier nochmal und spür die Spannung hier und jetzt zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule und dann ist dein Rücken schön safe für den Swing. Das ist die dritte Übung im Warm-Up selbst. Und jetzt haben wir noch eine vierte Übung vom Warm-Up. Das ist eine schöne Mobility-Übung, ein Drill, der dir die Hüfte ein bisschen öffnet. Und zwar nehmen wir den Goblet-Grab und zwar schaut es so aus, dass wir die Kugel hier außen am Kugelgriff greifen mit beiden Händen und so seitlich zwischen deinen Unterarmen einklemmen. Jetzt gehst du ein bisschen breiter wie schulterbreite Standposition und gehst in die Kniebeuge und setzt dich hier schön in der Kniebeuge ab. Auch hier wieder der gerade Rücken. Und was ich jetzt will, ist, ich will meine Ellbogen gegen die Knie nach außen drücken und mit meinen Knien gegen die Ellbogen nach innen. Und dann schiebe ich hier nach außen, während ich mit meinen Knien leicht bremse, öffne ich die Hüfte und dann schiebe ich hier wieder nach innen. Und das machen wir für 10 Wiederholungen. 9 8 7 6 5 4 3 2 Schön aufregter Rücken. 1 Sehr schön. Dann kannst du die Kugel abstellen, sauber wieder aufstehen. Und dann hast du die vier Aufwärmübungen für das Kettlebell Workout. Und jetzt machen wir davon noch zwei Runden, also zwölf Wiederholungen. Dann bist du schön warm, dann hast du die Technik und dann machen wir zwei Übungen als Pyramidenvariante. Für deine Kraft, für deine Ausdauer, für deine Beweglichkeit. Erste Übung war der Side Pendulum Swing. Stabil stehen und wir beginnen zu schwingen. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 12 Du kannst hier gleich übernehmen und bei der anderen Seite weitermachen. 1 2 3 2 3 9 9 12 12 Von hier kannst du die Kugel gleich greifen. Wupp. In den Goblet Grab und wir kommen in den Halo. Einmal links rum, einmal rechts rum, einmal rechts rum, einmal rechts rum, 1, 2, 3, 4, 5, schön stabil im Rumpf. 1 6 7 7 8 8 9 10 11 11 10 10 11 12 12 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 16 15 16 15 16 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 16 16 16 18 17 19 20 20 20 20 21 22 22 Und die zwölf. Zwölf machen. Sehr schön. Erste Runde. Warm-up. Zwischendrin kannst du dich ein bisschen schütteln. Schön durchatmen. Genau, auch mal den Rotationsschwingen. Die Arme ganz locker durch die Hüftbewegung. Bis du merkst, dass der Puls langsam wieder ein bisschen runter geht. Und wir machen eine zweite Runde. Zwölf Wiederholungen von unserem Warm-up. Und dann fangen wir an. Seitenänderung Swing. Und los geht's. Eins, zwei. Pochen einspannen. Bauchnabel zur Wirbelsäule. Sechs. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Und wechseln. Wupp. Und eins. Zwei. Drei. Zehn. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Achtung, gleich Catch. Bumm. Catch. Und Hehnung. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Stabil im Rumpf. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Und die zwölf. Und wieder zurück. Bumm. Kernebälle abstellen. Wenn du dich bei der dritten Übung, Kettelgrau, sehr wohl fühlst, dann kannst du die Kettelbell genau hängen zwischen deinen Füßen aufnehmen und hier dieselbe Bewegung machen. Diesmal drehst du die Kettelbell. Oder du lässt dir einfach am Boden stehen und schaust, dass die Finger an der Kettel bleiben. Noch sechs. Noch fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Drei. Eins. Gut. Und nochmal den Rücken spüren. Und Kettelbell aufnehmen. In die Goblet-Position. Und die Knie öffnen, die Hüfte öffnen. Und schließen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Und die zwölf. Sehr schön. Jetzt. Und wieder durchatmen. Bisschen schütteln. Bisschen rein spüren in den Körper. Kurze Verschnaufpause. Und dann beginnen wir mit dem Workout. Okay, jetzt hast du schon mal ein bisschen ein Gefühl für das Wirken des Gewichtes bekommen, während die Kugel schwingt. Das heißt, du hast jetzt ungefähr ein Gefühl, welches Arbeitsgewicht du nehmen kannst. Wie gesagt, zwischen 10 und 20 Prozent deines Körpergewichts. Die Übungen, die wir jetzt machen, die sind ziemlich nah auch an den Warm-Up-Übungen. Das bedeutet für dich, wir hatten zwei Übungen, wir hatten die Kette-Kau, wir hatten hier unseren Rundrücken und unseren geraden Rücken, ja. Und aus dieser Position machen wir den Swing. Der Swing schaut so aus, dass wir die Kugel vorne abstellen, dass wir ungefähr ein gleichschenkliches Dreieck bilden mit unseren Füßen. So, wir stehen ein bisschen breiter wie schulterbreit. Und dann gehen wir hier runter, machen unseren Rücken gerade, du kennst das Gefühl gerade vom Aufwärmen. Legen unsere Hände an den Griff. So, und von hier bewegen wir uns nach oben, sodass die Kugel einmal nach hinten pendelt mit den Unterarmen gegen deine Innenschenkel. Und aus der Position strecken wir die Hüfte, sodass wir die Kugel nach oben stoßen, sodass sie wie von selbst quasi, als wenn deine Arme zwei Seile wären, wo die Kettebel dran befestigt wäre, nach oben schwingen. Okay? Das ist eine ganz, ganz wichtige Bewegung. Wir werden die Kugel nicht heben. Ja? Wenn du die Kugel hebst, dann wirst du dir und deiner Schulter nichts Gutes tun. Das bedeutet also, stell dir vor, deine Arme wären Seile und so wie beim Pendulum schon, beim Aufwärmen, schwingen die Arme einfach, während es einen kurzen quasi Impuls gibt, der die Kugel ins Pendeln bringt. Beim Swing ist es in dem Fall die Hüfte. Das heißt also, gleichschenkliches Dreieck. Du schiebst die Hüfte nach hinten, sodass du 50-50-Ferse, Vorderfuß, dein Gewicht auf den Füßen verlagert hast. Du schiebst, greifst dir die Kugel, vergewisserst dich nochmal, ob dein Rücken gerade ist. So, und dann gehst du her und hebst die Kugel an, sodass sie nach hinten schwingt, mit den Unterarmen gegen deine Innenschinkel. Das machen wir gemeinsam für zehn Wiederholungen. Ein bisschen breiter die Schulter breit stehen. Füße 10-15 Grad ungefähr nach außen rotiert. Ich schiebe meinen Po nach hinten. Rücken gerade, ich vergewisser mich, heb die Kugel an und stell es wieder ab. Und eins, und zwei, und drei, und vier. Rücken bleibt immer gerade. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gut, das war die Initialzündung für den Keredel-Swing. Der zweite Teil dieser Übung entsteht, wenn du die Hüfte explosiv streckst. Ein explosives Hüftstrecken ist wie ein Strecksprung. Boom, ich will nach oben. Ich will weit nach oben. Boom. Das heißt, ich stoße quasi die Hüfte durch, indem ich meine Beine strecke, meinen Po anspanne, meine Oberschenkel anspanne und meinen Bauch anspanne und mein Brustbein aufrichte. Po fest, Beine fest, Bauch fest, Brustbein aufgerichtet. Und das ist der sogenannte Hip-Hinge. Aus dieser Position in die Streckung, maximale Aufrichtung. Nicht Überstreckung, sondern hier schön Beine fest, Po fest, Bauch fest, Brust raus. Das ist das, was wir brauchen. So, das machen wir jetzt erstmal leer, ohne Kettlebell. Das heißt also, du gehst hier rein, zack, ja, du hast die Kettlebell aufgenommen und von hier beim Ausatmen strecken wir. Beim Strecken vergewisserst du dich nochmal, ob dein Bauch fest ist, ob dein Po fest ist, ob deine Beine fest sind, ob dein Brustbein aufgerichtet ist und dann gehst du mit diesem geraden Rücken wieder in die Endposition. Okay? So, das heißt, wir machen das einmal mit Kugel. Wir gehen hier rein, vergewissern uns, ob unser Rücken gerade ist, unsere Knie sauber stehen, heben die Kugel an und dann schwingen wir die Kugel, während das Aufnehmen und das Ablegen immer derselbe Bewegungsablauf ist. Zack. Aufnehmen, einatmen, aufrichten. Ausatmen, schwingen. Einatmen, aufrichten, ausatmen, schwingen. Okay? Das wird mit der Zeit immer intuitiver, wenn du den Swing noch nicht gemacht hast. Gib dir die Zeit, diese Technik anständig zu lernen und dann wirst du sehen, wie schnell du immer stärker werden wirst, wie intensiv die Workouts dich weiterbringen. Machen wir es einmal gemeinsam für 10 Wiederholungen. Das heißt, wir greifen die Kellebell, atmen ein, heben an und setzen wieder ab. Einatmen und wieder absetzen. Noch 6 Noch 5 Noch 4 Noch 3 Noch 2 Noch 1 Und gut. Sehr schön. So, dann haben wir den Swing. Und jetzt kommt der sogenannte Thruster. Der Thruster ist eine Kombinationsübung aus Kniebeuge und dem Ausstoßen des Gewichtes über Kopf. Dazu braucht es wiederum den Goblet Grab. Der Goblet Grab schaut diesmal ein wenig anders aus. Wir drehen die Kugel um. Im Grunde genommen greifst du hier mit den Daumen durch den Griff und greifst die Kugel am Kugelbauch und so kannst du die Kugel aufnehmen. Okay? So nimmst du die Kugel auf. Dann ist hier der Daumen durch den Griff und hier kann euch nichts passieren. Die Kugel kann nicht runterfallen, weil die durch die Daumen gesichert ist und ihr die ganze Kugel mit euren Fingern umschließt. Wir hatten zum Anfang die Aufwärmübung hier. Ja, diese schöne Hüft-Mobilisierungsübung und das ist gleichzeitig die Startposition und von hier atmen wir ein, stoßen uns durch die Beine raus, ohne dass die Knie nach innen fallen. Schaut, dass die Knie schön nach außen zeigen und stoßen die Kugel über Kopf. Wenn ich die Kugel über Kopf stoße, möchte ich die Schultern raus schieben. Ich möchte hier richtig durch den Kopf durch die Schultern nach vorne nehmen, meinen Po anspannen und meinen Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen, sodass ich hier eine maximale Streckung, eine maximale Aufrichtung erzeuge. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. So. Das heißt also, hier geht's los. Wir gehen, wenn wir die Kugel im Goblet Grab aufgenommen haben, nach unten, atmen ein, stoßen uns mit geradem Rücken durch die Beine nach außen, nehmen den Schwung und stoßen die Kugel durch die Arme hier nach oben raus. Dann kommt die Kugel wieder nach unten und wenn die Kugel am Brustbein angekommen ist, dann gehe ich mit meinem Po wieder nach unten und mache die nächste Wiederholung. Okay? Wichtigste Keys, die wir jetzt hier haben, ist, schulterbreiter Stand, Zehen sind leicht nach außen rotiert. Achtet darauf, dass eure Knie nicht nach innen knicken. Achtet aber auch darauf, dass ihr eure Knie nicht zu weit nach außen schiebt. Die sollen immer schön neutral sein. Anhaltspunkt ist immer so über die kleine oder nächstgrößere Zehe. Rücken immer schön gerade. Genau. Und davon machen wir jetzt eine wunderbare Pyramide. Das heißt, wir machen zehn Swings, zehn Thrusters, neun Swings, neun Thrusters und so weiter, bis wir bei eins angekommen sind und dann habt ihr heute gut gerockt. In diesem Sinne wünsche ich uns viel Spaß und lassen wir es krachen. Ich zähle dabei das Ganze schön an, sodass du dich voll und ganz auf deine Ausführung konzentrieren kannst und zwischendrin erinnere ich dich auch an deine Haltung. Beginnen wir mit Swings und fertig machen. Drei, zwei, eins und go. Eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gut. Kurz durchatmen und zwischendrin ausschütteln, schön tief durch die Nase atmen und wir beginnen mit der zweiten Übung Thrusters. Erinnere dich, Goblet Crab. Kugel aufnehmen, Rücken schön gerade und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und die Zehn. Sehr schön. Und zwischendrin wieder schön atmen, ausschütteln. Mach dir keine Gedanken darum, wenn du schneller bist oder wenn du langsamer bist oder wenn du gleich schnell bist. Wichtig hier ist immer die Ausführung, dass du es genau in der Geschwindigkeit machst, die dir persönlich gut tut, die dafür sorgt, dass du die Techniken anständig ausführen kannst. Und wir machen unser neuner Set. Falls du die neun nicht in der Übungsgeschwindigkeit schaffst, die ich hier vorgebe, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn du nur sechs machst oder sieben. Ja, für dich, wie gesagt, immer die Ausführung wichtig. Wir machen, wie gesagt, zehn Sätze und du steigst einfach da ein, wo es sich für dich gut anfühlt. Du kannst natürlich auch ein bisschen mehr machen. Das Gefühl ist entscheidend. Jetzt die neun. Und ready? Und go. Fünf, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, und Pause. Schön atmen. Thrusters. Neun. Daumen greifen durch den Griff. Kugel aufnehmen in den Komplett-Grip. und bereit? Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, und wir haben den zweiten Satz mit neun beendet. Zwischendrin atmen, durchschnaufen und fertig machen für den Achtersatz. Auf los geht's los und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben, Wunderbar. und durchatmen. Aus schütteln. Aus schütteln. Und fertig machen. der siebener Satz. der siebener Satz. Drei, zwei, eins, und go. Drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, yes, siebener Satz. schön durchschnaufen und gleich geht's weiter mit der sieben Thruster. Und drei, zwei, eins, und go. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, jawohl. Und durchschnaufen. Und zwischendrin tu das, was dir gut tut. Trink einen Schluck Wasser, atme tief durch, schüttel deine Arme, deine Beine aus. Wie gesagt, hier ist wichtig, dass du in den Pausen aktiv bleibst. Und wir machen mit dem Sechster Satz weiter. Und ready? Drei, zwei, eins, und go. Eins, zwei, drei, sechs, und kurze Pause. Und Sechster Goblet Squats Thrusters. Okay? Ready? Und go. Eins, zwei, drei, vier, fünf, und die sechs. Sehr schön. Die ganzen großen Sätze haben wir jetzt durch. Ich denke, du hast ein sehr, sehr gutes Gefühl jetzt für die Kettlebell-Techniken bekommen. und jetzt möchte ich mit dir die fünf bis eins ohne Pause durchmachen. Überleg dir nochmal, mit welchem Gewicht du jetzt arbeiten möchtest, ob du mit deinem bisherigen Arbeitsgewicht diese fünf bis eins Sätze ohne Pause schaffst, ob du ein kleineres Gewicht nehmen möchtest, weil jetzt ziehen wir den Rest ohne Pause durch nach einem schönen Eingrooven. Bist du bereit? Dann würde ich sagen, lass uns starten. Fünfer Satz. Drei, zwei, eins und go. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du kannst die Kugel gleich so aufnehmen, ja, aus dem Schwung, boom, fangen und fünf Drustles. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Von hier gleich fangen und vier Swing. Eins, zwei, drei, vier, gleich fangen und vier Drustles. Und eins, zwei, zwei, drei, vier, von hier in den Swing. Drei, zwei, eins, und fangen und drei, zwei, eins, und zweier Swings. Eins, zwei, fangen fangen eins, zwei, und eins, fangen, baum, eins, und dann. Gut gemacht. Wie gesagt, bring in diese Praxis Bewegungsroutine rein. Selbst, wenn du dich jetzt schwer getan hast, wenn es neue Übungen für dich waren, reinzukommen, du wirst schnell reinkommen. Tu es immer wieder, du weißt, Kontinuität bringt dich zum Erfolg. Bis zum nächsten Kurs. Hey, hat dir unsere Klasse heute gefallen? Wenn ja, abonniere direkt einmal unseren Kanal und klicke auf die Glocke für Benachrichtigungen. Wir veröffentlichen jede Woche neue Klassen hier auf YouTube und so kannst du sicher gehen, dass du keine einzelne Klasse verpasst. Außerdem haben wir noch eine ganz besondere Einladung für dich. Werde jetzt Mitglied im Moving Room und erhalte Zugriff auf über 500 weitere Klassen, spezielle Programme und zusammenhängende Trainingspläne. Dadurch kannst du dir sicher sein, dass jede einzelne Klasse wirklich hervorragend ist und kannst deine Praxis auch viel strukturierter gestalten, als nur die ganze Zeit auf YouTube zu stöbern. Schau direkt einmal unten in der Beschreibung vorbei, dort findest du den Link zur Mitgliedschaft. Bleib in Bewegung und bis ganz bald.